Deutsch A2 Lektion 5, Anruf beim Arzt Kapitel 5, Deutsch lernen mit Dialogen für Anfänger A2, Anruf beim Arzt, der Dialog, Anruf beim Arzt, S, Praxis Dr. Berger, schönen guten Tag. B, guten Tag, hier spricht Frau Müller. Könnte ich heute bitte einen Termin haben? Mein Kopf tut so weh. S, ich verstehe. Wann haben Sie denn Zeit, Frau Müller? B, ich möchte bitte heute am Vormittag kommen. S, oje, am Vormittag habe ich keinen Termin mehr frei. B, und morgen? S, morgen ist etwas frei. Um 11 Uhr? B, super, ich komme dann morgen um 11 Uhr. Dankeschön. Auf Wiederhören. Es, auf Wiederhören und bis morgen. Kommen Sie bitte pünktlich und vergessen Sie Ihre E-Card nicht. Konversation, wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Danke, mir geht es nicht gut. Ich bin krank. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf tut weh. Grammatik, Personalpronomen im Dativ. Ich, mir, du, dir, er, ihm, sie, ihr, es, ihm, wir, uns, ihr, euch, sie, sie, ihnen, ihnen. Wir präsentieren die ersten Kapitel unseres Online-Deutschkurses A2. Bookmarken Sie unsere Seite und besuchen Sie uns wieder. Inzwischen empfehlen wir auch www.german-deutsch.com. Unser kostenloser Online-Deutschkurs auf dem Niveau A2 enthält viele neue Video-Lektionen, Grammatik, Phrasen, Vokabular, Dialoge und viel Spaß am Deutsch lernen. Wir wollen in den nächsten Wochen Dutzende freie Lektionen auf www.deutscha2.com laden und das funktioniert nur mit Ihrem Support. Also, Video anschauen, liken, kommentieren, teilen und folgen. Danke.